Das ist Laura. Laura ist neu in Würzburg. Mit der Orientierung hat sie es scheinbar nicht so. Doch glücklicherweise gibt es die App Around Me. Dank ihr findet auch Laura ein schönes Café in ihrer Nähe. Und das, das ist Torben. Auch er ist neu in der Stadt. Und heute findet er mal wieder den Busfahrplan viel zu verwirrend. Hier hilft ihnen aber der Bayern-Fahrplan. Dank dieser App erwischt er immer den richtigen Bus und kommt pünktlich an sein Ziel. Und nach einer langen Vorlesung hat Chiara genau das Richtige für Marcel. Da gibt es nämlich den Mensaplan. Denn diese App zeigt ihnen die Gerichte der Woche. Doch leider versetzt Marcel Chiara. Nun muss sie allein in die Mensa. Gut, dass das Essen dort so lecker ist. 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 Untertitelung des ZDF, 2020